So, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu der angedrohten Bonus-Folge. Ihr seid jetzt sozusagen live dabei, wie wir versuchen, die Seance mit Sophia zu machen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich probiere es einfach mal. Und dann kriegt ihr noch eben den Start, weil ein paar Leute wollen sehen, was gibt es noch zu Biff. So, jetzt müssen wir gleich auf alle Sätze von Trottoir achten. Oder Trottier. Und dann wollen wir mal gucken. Ich hatte keine Idee, dass Monte Carlo die verlassen Stadt war. Nicht mit mir, Indy. Es ist Trottier, die wir nachher. Was macht ihr, dass wir hier Trottier finden? All seine Letzte mentionieren, wie viel er liebt, nach den brilligen Lichtern zu spazieren. Aber was sieht Trottier aus? Wie soll ich es wissen? Ich habe ihn schon nie getroffen, mehrfach. Ich glaube, Trottier kommt. Was dann? Bring ihn in meine Zimmer. Das Plan ist mir ein bisschen schrecklich. Nicht Angst, es wird funktionieren. Er hat eine von drei Stönen. Wenn wir ihn in eine Seance haben, kann er uns lassen. Eine Seance? Ich werde bereit sein. Ja, ist er. Oh, vielleicht ist er Ousaski. Ich bin Dr. Indiana Jones von Barnett College. Jones, 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 ich glaube, ich habe dich gehört. Ja, natürlich, der übliche Archeologer. So. In der Fall, ich bin nur ein einfacher Professor. Oh, leave the modesty to me, Sir, Alain Trottier. So, jetzt gucken wir euch mal, was erzählt. Das Ken Manus. Addieren meines Geburtstags. Das heißt, er gibt es, glaube ich, irgendwie einen Satz mit Horoskop oder sowas. Madame Sophia ist in town and wants to meet you. Really? The great, the geek? Oh, no wonder I felt restless tonight. Still, one must be cautious. I fear that German agents are on my trail. Ja, stimmt. Mit bären Stein. Wenn ich mich mittlerweile Atlantis inno-Auswendig kenne. Ja, 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 ich habe es auch dreimal durchgespielt, oder? Follow me and Madame Sophia will read your fortune. Oh, she's a next slide, I'm not sure. Okay. Sie brauchen Hilfe, ist bestimmt sehr hilfreich. Also, ich bin jetzt der Meinung, wir gehen gleich auf Horoskop. Mondphasen für Glücksspiel? Ich mach's. Bitte, mach's weg. Okay, ich speichere mal. Äh. Jetzt wird es mal richtig interessant. Jetzt wird es mal richtig interessant. Also, das eine, würde ich sagen, ist Horoskop. Und das andere ist Glücksspiel. Die Mondphasen für Glücksspiel. Wir gucken mal. Wie schau, ich habe das nie geschafft. So, er gehört dir. Okay, Trottier ist all yours. Also, es soll gehen. Oh, Monsieur Trottier, ich bin so glücklich, zu einem Experten Antiquarian zu treffen. Madame Flatter's Me. Es ist ich, die ich glücklich, dich zu treffen. Jetzt dann. Nur Ab Sal demandes Proof of your sincere belief. Ja, genau. Ich habe diesen Stonkief aus der Lost City. Es sollte meine Worte zu Monsieur Sal. Ja. Sehr gut, sehr gut, indeed. So, und jetzt fängt er an, ne? Und in unsere Kommunion mit dem Great Spirit. Ein Moment, Frau. Wir haben noch nie gesehen. Du könntest sein Imposter sein. Wenn du wirklich mit psychischen Macht hast, erzählst du mir. Warum habe ich einen Troll, als ich den Dr. Jones kennengelernt habe? Wie sollte ich das wissen? Lass meine Gedanken, oder dr. Jones' Gedanken, wenn du möchtest. Ich habe ihm alles erzählt. Hmm, lass mich denken. Die Zahlenlehre hat es befohlen. Das habe ich sonst immer gemacht. Ich befürchte, das Horoskop wird es sein. Das Problem ist nur, dass wir eben nicht wissen, was sie eben hören wollen. Wir machen mal das Horoskop. Dein Horoskop hat dir gesagt. Aha, das ist intrigierend. Was ist mein größtes Gefühl? Die Nazi-Agenten? Ja, die Nazi-Agenten. Das hat er ja gesagt. Jetzt kommt... Neuer Dringsten? Geld, spirituelle Art. Brauchen wir die Wahrheit? Hat er da irgendwas von erzählt? Du brauchst einen neuen spirituellen Anweser. Hm, du sagst nicht. Jetzt dann. Ja. Wie viele Fingern? Genau. Jetzt kommt der Kack. Genau. Was für eine verrückte Frage ist das? Die Antwort betrifft auf pure Chance. Nicht, wenn du wirklich psychisch bist. Nehmt dich, ich will nicht schreien. Wie viele Fingern? So. So. Well, all I can do is try a wild guess. Genau. Und das machen wir auch. So. One. I'm very disappointed. Ja, ja, ist okay. Kannst du very disappointed sein? Two. I'm very disappointed. Ja, ja, genau. Aber was erzählt der denn da? Three. I'm very disappointed. Wenn das nämlich wieder nicht passt. Aber ja, der hat doch von irgendwas gar nichts erzählt. Four. Four. I'm very disappointed. Siehste? Da passiert nämlich schon wieder nichts. Five. I'm very disappointed. Das funktioniert nämlich nicht. Toll. Also. Also. Warte. Können ja... Ich glaube vier können mal einsteigen. Also das war es nicht. So. Also. Er spricht was von... Addiert mit Horoskop. Hast du nicht gesehen. Deine Numerologie hat dir gesagt. Sehr inspirierend. Was ist mein größtes Fear? Ja, wie auch die Nazi-Agenten. Du feiern Nazi-Agenten. Ah, das ist interessant. Was ist mein größtes Fear? Geld? Geld? You need money. Well, well, well. Fascinating. Now then. How many fingers am I holding up behind my back? Also. Ich meine, ihr habt das ja jetzt auch gesehen. Im Prinzip kriegt man da nichts mit, oder? Not if you are truly psychic. Don't worry, I won't shoot. How many fingers am I? Also deswegen. Vielleicht bin ich auch zu doof. Also ich... Es hat auch im Internet... Das, was ich gesehen habe bei YouTube, hat das keiner hingekriegt. Ähm. Deswegen ist das eine ganz interessante Geschichte. So. Mal gucken. Haben wir mal eine andere... Kombination. Solo-Doc. Ein Wunderschön. Ja, genau. Man muss alle Fragen vorher richtig haben. Sonst klappt das nicht, genau. Aber das funktioniert ja irgendwie nicht. One. Amazing. You must... Wir hams! Now, what words of wisdom can you offer to guide me? Yes! Süßki! Son-Doc! Wat wollt ihr trinken? Wir hams! Muah! Alter! Geil! Gebt auf und gib mir die Scheibe! Wir haben es! Wir haben es! Ich hab das nie in meinem Leben geschafft! Ich bin ein bisschen... Ich bin ein bisschen... Ich bin schon ein bisschen glücklich. Ich bin schon ein bisschen glücklich. Albert Trottier hat es von Al-Jabbar bekommen. Die beiden tun viel Arbeit zusammen. Lass uns in Nordafrika gehen und finden, ob ich richtig bin. Fine. Ich halle einen Kab, während du geändert hast. Aber ja, ich glaube, wir sind damit die einzigen, die das tatsächlich damit hingekriegt haben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Können wir hier... Wahrscheinlich können wir das gar nicht. Aber das ist nicht ganz so schlimm. Weil wir können einfach ein neues Spiel laden. Dann können wir nämlich jetzt einmal noch den Gag machen. Und starten einfach. So, jetzt können wir alles umgehen. Jetzt können wir auch das Intro umgehen. So, das kann man alles sparen. Und jetzt wollten die Leute noch sehen, wie man Biff umhaut. Oder bzw. welche Möglichkeiten es gibt bei Biff. Das machen wir jetzt auch eben noch. So, das machen wir eben kurz. Dann speichern wir mal eben Biff. Also, zwei Möglichkeiten weiß ich definitiv. Bei der dritten müssen wir vielleicht ein bisschen ausprobieren. Das ist kein Thema. So, Zeitung. Ich glaube, das ist, um reinzukommen, ist das erstmal wurscht. Dann brauchen wir die Zeitung nicht. Die Zeitung braucht man dann im Theater. So, wir machen mal den Fäuste Pfad. Wir sind jetzt erstmal ganz charmant. Was das ein Insult? Ja. Was das ein Insult? Was das ein Insult? Das ist ein Insult. Das sind die Leute, die große Wurzeln benutzen. Und ich denke, dass ihr besser entsprachst. Warum sollte ich, du fattest? Das ist es, wunderschön. So. So. Ach, du kannst, es gibt Sachen, da musst du kämpfen. So, das ist der Kampffad. Kampffad. Wenn man den also wählt, dann schlägt Sophia den Kampffad vor. Klar. So, jetzt machen wir den Team-Fad. Den weiß ich auch noch. Ein Puzzle-Fad, der hat hier gleich was mit den Kisten zu tun. Muss ich gleich mal gucken, wie das geht. Aber das kriegen wir irgendwie auch noch ein. Das finden wir auch noch schnell raus. Und wenn nicht, haben wir halt mal zwei, drei Minuten mehr. Wir sind so super in der Zeit. Finde ich gut. Ich bin hier, um die Madame's outrageous orations zu besuchen. Das ist nicht das, was ich. Of course nicht. Madame Sophia ist eine wirkliche thinker. Keine Ahnung, pal. Du bist über meine Idol. Ich sollte nicht exagerieren, aber sie ist gut mit Fiction. Was hast du gesagt? Ich bin hier. Ich bin hier. Was hast du gesagt? Okay. Okay, okay. Ich bin hier. Apolosiert. Jetzt geht es auf einen Haufen. Wait, ein Moment. Ja? Was für? Ich muss wirklich mit deinem Star sprechen. Das ist, was sie alle sagen, Mac. Hilf mir hier raus, bitte? Ich würde, aber sie hätte meine Hände. Guten Abend. Gleiches für dich. Okay. Haben wir tatsächlich... Sind wir irgendwie falsch abgebogen? Ist egal. Das ist King William. Ja, 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 ja. Das ist es. So viele Sätze sind das doch gar nicht. Aber egal. Das machen wir mal eben kurz. Eigentlich kann ich den in und aussehen nicht, aber... Ich bin hier, um Madame's egregious Exhibition zu sehen. Wie ich gesagt habe. Sie geht nicht auf dem typischen Show. So. Das weiß ich. Oh, natürlich nicht. Madame Sophia ist eine sehr verehrte Erinnerin. Genau. Genau, so weit sind wir. So. Geld aus der Tasche zieht. So, das soll das passieren. So, das soll das passieren. Genau. Zack. Und das ist der Team Pfad. So. Jetzt kommt der Puzzle Pfad. So. Dann müssen wir mal was mit den Kisten machen. Wenn ich das noch richtig weiß. Weil irgendeiner in den lustigen Kommentaren... Ich grüße ihr mal kurz. Er sagte... Deswegen zeige ich das jetzt nochmal. Eigentlich habe ich das erzählt. Aber... Wir machen das gerne nochmal. So. Ich gehe jetzt zur Kiste. Warte mal... Warte mal... ... ... ... ... ... any further that way ok doch drücken genau so ich glaub das ist der Puzzle Pfad genau und dann glaub ich die Kiste verschieben genau die Kiste dann auch verschieben genau ich glaub das war's dann ok ziehen ich kann't get there from here warte mal wie kommt man denn da hin warte mal oder kannst du da schon nee da nicht da ich kann't get there from here ich kann't get there from here nein 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 mal gucken also der Weg geht zur Leiter ne ich kann't get there from here ich kann't get there from here doch 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 halt 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 so ok so ok fast wir haben noch irgendeine Kiste it won't go any further that way nee das wollen wir nicht muss ich die ziehen nein 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 das ist doof das war Quatsch ich hoffe das ist es auch so dass ich dann noch was anderes machen muss the way looks blocked the way looks blocked the way looks blocked ha geht doch so das ist der Puzzle Pfad ach wir haben's so das waren alle drei Wege die es gibt damit kann man Biff halt überwältigen und wenn man ihn umhaut kommt der Fäuste Pfad wenn man sagt wenn man sich reinschleimt gibt's den Team Pfad und wenn man jetzt hier über die Kisten da zur Feuerleiter kommt dann ist das der Puzzle Pfad so das ist der ganze Gag so wird das automatisch ausgewählt die ganze Geschichte mit dem Dialog von Plato haben wir erzählt jetzt haben wir auch die Geschichte mit Sophia nochmal hingekriegt und der Seance ich glaube jetzt haben wir alles gezeigt was man zeigen kann und ja ich sag's mal so mehr kann ich auch nicht mehr bieten also falls jetzt noch irgendeiner sagt hey Indiana Jones Fate of Elendor dann ist das so aber wie ich schon gesagt wir haben's es ist erledigt es ist fertig ich hoffe ihr hattet Spaß vielen Dank auch für die Leute die das ganze Let's Play gesehen haben vielen Dank auch für die Leute die die ganzen Indiana Jones Videos sich angucken das funktioniert tatsächlich auf YouTube mal richtig gut ist ganz schön deswegen ich hoffe auch ihr seid dann bei anderen Projekten auch dabei dann freut mich das und sonst ich bin euer MrWenner1970 und gehe jetzt hier aus dem Video und abonnieren kommentieren bewerten und für die Leute die immer bei YouTube rumnörgeln und Tipps geben wollen seid doch einfach mal live dabei die Leute hier im Chat finden das viel viel geiler live die können mir auch alles an den Kopf hauen und der Automod kann alles sperren also großartiges Erlebnis nur live hier mit dem doofen Venom mehr Larverei ist unbezahlt live genau und bei uns wird kein Löwe für ein Wildschwein verwechselt so das war Fate of Atlantis ich glaube also wie gesagt wer jetzt noch irgendwie im YouTube Kommentar noch irgendwas findet kann gerne da noch irgendwas reinhauen aber ich glaube wir haben alles wie gesagt Biff ist durch Sophia ist durch die ganzen Pfade sind durch wenn jetzt noch irgendeiner sagt warum hast du den und den Nazi nicht umgehauen ich hätte es gern aber irgendwann muss man nochmal Feierabend machen ich glaube wir haben es so ja gut wenn ich manche Nachrichten sehe denke ich die Augsburger Puppenkiste war realistischer das ist mittlerweile leider so so wir haben es yes 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 wunderbar ich bin zufrieden bis dann